Guten Tag, Freunde! Können Sie denn? Bevor wir jetzt noch einen Song mit unserem Album spielen, haben wir noch zwei andere zwischen geschoben. Und zwar einen Song, wo wir uns freuen würden, wenn die Mädels ein bisschen mitsingen. Wo sind die Frauen? Wir spielen jetzt den Song von der Girl Group. Das waren ein paar ganz frische Mädels in den 50er Jahren. Und vielleicht auch wenn ich schon lange her spiele ich den Song. Wenn, dann singen laut mit. Auch oben auf der Emporene, bloß die VIP-Gäste. Also holt sie gut und sind mit zu Lobby. Applaus Bewegung Bewegung 揍 Es ist mein Untertitelung des ZDF, 2020